Madhava Acharya Shri Pat Madhava Acharya wurde im Jahre 1238 in Pajaka, Kshetra, einem kleinen Dorf 8 Kilometer südöstlich der kleinen Stadt Udupi an der Westküste Südindiens geboren. Seine Philosophie und sein Schriftwerk haben ihn als einen der größten spirituellen Lehrer Indiens ausgezeichnet. Seine Lehren waren durch und durch theistisch. Madhava folgte Ramanuja geschichtlich und seine theistische Darstellung vedischen Wissens in klaren Begriffen legte Nachdruck auf das, was Ramanuja umgangen hatte. Hingabe sowohl als Weg als auch als Ziel der Gotteserkenntnis. Madhava schrieb Kommentare zum Vedanta Sutra, Schrimad Bhagavatam, Mahabharata und der Bhagavad Gita und führte auch eine strenge Ordnung für Tempelriten in Udupi ein, die noch heute befolgt werden. Madhavas Eltern lebten ursprünglich in Kadyali, einem kleinen Dorf nahe Udupi. Vom Verlust zweier Söhne bekümmert, zogen sie in das Dorf Pajaka Kshetra. Tag für Tag gingen die beiden von Pajaka Kshetra nach Udupi und beteten zu der Bildgestalt darum, mit einem erhabenen Sohn gesegnet zu werden. Zwölf Jahre lang unterzogen sie sich dieser Härte. Während eines Tempelfestes erklomm einer der Priester eines Tages den Fahnenmast und verkündete, dass der Gott des Windes Vayu bald auf der Erde geboren und viele außergewöhnliche Taten vollbringen würde. Bald darauf erfüllte sich die Prophezeiung und die beiden wurden mit einem männlichen Kind gesegnet, das sie Vasudeva nannten und das später als Madhava Acharya bekannt wurde. Zu mehreren Gelegenheiten zeigte Vasudeva, dass er kein gewöhnlicher Sohn war. Sein Vater Madhya Geha hatte einst Schulden gemacht. Der hartnäckige Gläubiger kam zu seinem Haus, setzte sich auf die Stufe vor der Haustür und erklärte, dass er fasten würde, bis die Schuld beglichen sei. Vasudeva sah Madhya Gehas Unruhe und beschloss, die Situation zu retten. Er führte den Gläubiger hinter den Wassertank unter einem großen Tamarindenbaum, nahm eine Handvoll Tamarindensamen und schütterte sie in die Hände des Geldgebers. Dieser dachte zuerst, dass das Kind nur spielte, aber als er erneut in seine Hände schaute, sah er, dass sich die Samen in Goldmünzen verwandelt hatten, gerade ausreichend, um die Schulden zurückzuzahlen. Weil Vasudeva so erstaunlich war, wollte ihm sein Vater aus väterlicher Zuneigung eine Ausbildung geben. Daher führte er die Akshara Abasyam-Zeremonie durch, mit der ein Kind seine Schulung beginnt. Kurz nach seinem ersten Studium hatte Vasudeva eines Tages eine Gelegenheit, seine Gelehrsamkeit zu prüfen. In dem nahegelegenen Dorf Nayampali gab ein Brahmane namens Shiva Vorlesungen über die Puranas und Vasudevas Eltern hatten den Knaben mitgebracht, um den Vortrag zu hören. Eine schwierige Textstelle kam und der Brahmane war sichtlich verwirrt und unfähig, die klare Bedeutung des Verses darzulegen. Er sprach trotzdem weiter, bis plötzlich Vasudeva das Wort ergriff und zum Erstaunen der Versammlung den wahren Gehalt des Aphorismus offenbarte. Nach dem Abschluss seines Sanskrit-Studiums im Alter von elf Jahren machte sich Vasudeva auf die Suche nach einem Guru, der ihn in den Lebensstand der Entsagung Sannyas einweihen würde. Bereits im Alter von fünf Jahren hatte er die Einweihung in den brahmanischen, in Klammer priesterlichen Stand empfangen. In Udupi fand er Ajutya Preksha, einen advaitinischen Mönch. Er wandte sich mit großem Respekt an Ajutya Preksha und empfing seine Segnungen. Er lebte unter seiner Führung und wurde ein gehorsamer Schüler. Unterdessen war Vasudevas Vater wegen der langen Abwesenheit seines Sohnes von zu Hause beängstigt. Madhya Geha kam nach Udupi und fand sein geliebtes Kind in Ajutya Prekshas Kloster. Als er die Absichten seines Sohnes erkannt hatte, versuchte Madhya Geha, ihn zur Heimkehr zu bewegen, aber seine Bemühungen waren vergebens. Mit großem Kummer ging Madhya Geha nach Hause. Nachdem er den Vorfall seiner Frau berichtet hatte, war die ganze Familie in einer leidvollen Lage versetzt und seine Frau überredete, Madhya Geha, den geliebten Sohn nochmals aufzusuchen und alles Mögliche zu tun, um ihn nach Hause zu bringen. Madhya Geha ging wieder zu dem Ashram, konnte jedoch lediglich feststellen, dass Ajutya Preksha eine Pilgerreise zu den heiligen Orten Südindiens begonnen hatte. Unverzüglich folgte er der Gruppe. Südlich von Udupi überquerte er den Fluss Netravati und fand seinen Sohn im Kudyadi Ashram in dem Dorf Kajuru. Wieder ersuchte er ihn, nach Hause zu kommen. Vater und Sohn diskutierten eine Weile, bis Madhya Geha schließlich wütend wurde und drohte, sich zu töten, falls Vasudeva Sanyas annehmen würde. Angesichts der Erregung seines Vaters sagte Vasudeva, dass er die Meinung seiner Mutter respektieren würde und selbst dann nicht er in den Lebensstand der Entsagung eintreten würde, bis sie einen weiteren Sohn zur Welt gebracht hätte. Nach seinem 16. Geburtstag wurde ein weiteres männliches Kind geboren und mit der Erlaubnis seiner Eltern wurde ein glücksverheißender Tag ausgewählt, an dem Vasudeva im Anantashana Tempel in Udupi in den Entsagten Lebensstand eintrat. Zwischen Guru und Schüler ergab sich eine interessante Beziehung. Während Ajutya Preksha ein unerschütterlicher Anhänger der Linie Shankaras war, war es Madhava bestimmt, seine eigene Linie zu beginnen und neues Licht auf die wenig entwickelten schriftlichen Schlussfolgerungen Shankaras zu werfen. Madhva wich in vieler Hinsicht von Shankara ab. Wie Ramanuja unterstützte er, dass Shankara dem Hauptaphorismus der Veden, Pranava-Omkara, keinen Nachdruck verliehen hatte. Aus der Sicht Madhvas hatte Shankara stattdessen die Aufmerksamkeit auf zweitrangige Ansprüche wie Tat-Tvam-Asi gelenkt. Nach Madhva bieten Shankaras Lehren also nicht das ganze Bild, sondern nur Teilwissen von dem, worauf die Veden hindeuten. Shankara bestand so sehr auf dem Einsein oder der Identität aller Dinge, dass nach seiner Sicht von der höchsten Wirklichkeit alle Dinge oder alles getrennt sein, als solches aufhören zu existieren. Madhva betonte hingegen fünf absolute und ewige Unterscheidungen zwischen Gott, der individuellen Seele und Materie. Der Unterscheidung zwischen Gott und der begrenzten Seele, zwischen Gott und der unbeseelten Welt der Materie, zwischen einer begrenzten Seele und einer anderen, zwischen der begrenzten Seele und Materie und zwischen einem unbeseelten Objekt und einem anderen. Madhva erkannte auch eine absolute Übereinstimmung in jeder dieser fünf genannten ewigen Unterscheidungen. Gott und die begrenzte Seele sind miteinander in dem Sinne identisch, dass beide bewusst sind und in einer Beziehung zueinander stehen, wie das Ganze zu seinen Teilen. Gott und Materie sind insofern aufeinander bezogen, als letzteres des Erstgenannteren wegen seiner Schöpfung und Erhaltung bedarf. Begrenzte Seelen sind identisch, weil sie alle Teile Gottes von ihm abhängig und bewusst sind. Die begrenzte Seele und Materie sind in dem Sinne dasselbe, als beide von der Überseele abhängig sind und unbeseelte Objekte sind identisch, da ein jedes von Gott, der sie in einem geordneten System verbindet, abhängig ist. Seine Philosophie Dvaita in Klammer Dualismus unterstreicht das ewige Verschiedensein zwischen dem Lebewesen und Gott. In diesem Sinne ist seine Philosophie der nicht-dualen Advaita-Lehre Shankaras direkt gegenläufig. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass beide Madhva und Shankara darin übereinstimmen, dass die der Sinnenwahrnehmung entspringende Dualität illusorisch ist. Madhvas Dualismus ist ein transzendentaler Standpunkt und um zu dieser Auffassung zu gelangen, muss man das in Anführungszeichen falsche Ego sterben und das wirkliche Ego in Klammer das individuelle Wesen im selbstlosen Dienst zu Gott aufblühen lassen. Madhva führte das Konzept von Vichesha ein, um Gottes Einheit mit der Vielfalt seine Eigenschaften und Merkmale im Einklang zu bringen. Ebenso wie wir keinen Unterschied zwischen einem Lacken und seiner Weiße wahrnehmen und doch gleichzeitig eine Eigenheit in Klammer Vichesha, nämlich die Weiße des Lackes erkennen. In ähnlicher Weise, so behauptet der Madhva, offenbart ein genauerer Blick auf das Brahman in Klammer Bewusstsein, die höchste Realität, dass Gott in harmonischer Vielfalt existiert. Dies ist im Gegensatz zur monistischen Haltung Shankaras, insofern eine theistische Ansicht als die begrenzte Seele ein im herrlichen Dienst zu Gott beschäftigtes Individuum zu bleiben. Zur gleichen Zeit wird alles Existierende als ein organisches Ganzes betrachtet. In philosophischen Diskussionen zeigte Purna-Prakya, wie Madhva zu der Zeit genannt wurde, regelmäßig die zahlreichen Mängel an den Advaita-Interpretationen des Vedanta-Sutra auf. Dies wurde von seinem Guru bemerkt. Ajutya-Prakya erkannte, dass sein Student sehr stark war und selbst bald ein großer Lehrer sein würde. Er machte ihn zum Leiter eines anderen Klosters und gab ihm den Namen Anantatirta. Sobald sich die Nachricht herumsprach, dass Anantatirta ein neuer spiritueller Führer war, strömten viele Pandits nach Udopi und versuchten, ihn in philosophischen Streitgesprächen zu schlagen, was damals der Brauch war. Zu jener Zeit hielten sich viele Buddhisten und Cheniten im südlichen Gebiet Kanara auf. Der größte Gelehrte der Buddhisten, Buddhi Sangara, kam um Purna-Prakya herauszufordern und wurde geschlagen. Seine Niederlage wurde anerkannt, als er nach nur eintägiger Debatte in der Nacht floh. Dieser Sieg brachte Madhva beachtliche Aufmerksamkeit. Sogar Madhva Ajara-Sguru, obwohl ein unbedeutender Advaiti, war von Anfang an beeindruckt von den anscheinend unwiderlegbaren Argumenten des immer frischen Madhva. Deshalb fordert er Madhva Ajarya auf, seinen eigenen Kommentar zum Vedanta Sutra zu schreiben. Madhva nahm diese Aufforderung an. Es heißt, dass jedes philosophische System, dessen Gedanken auf der vedischen Literatur basieren, auf einem Kommentar zum Vedanta Sutra aufgebaut sein muss. Ein Großteil seiner Zeit verbrachte Madhva Ajarya in philosophischen Streitgesprächen mit den damals führenden Denkschulen Indiens. Er diskutierte sowohl mit jenen innerhalb der vedischen Tradition als auch mit Buddhisten und Chainisten, die die Veden nicht als die Norm offenbarten Wissens in literarischer Form akzeptierten. Um sicher zu sein, hatten diejenigen außerhalb der vedischen Tradition ihre eigene literarische Grundlage, auf der ihre Doktrin basierte. Madhva wandte gegen diese philosophischen Gegner mit überwältigendem Erfolg eine erstaunliche Logik an, wie sie im Vedanta Sutra zu finden ist. Bei jenen Gegnern innerhalb der vedischen Tradition waren Madhvas Diskussionen dergestalt, dass er seine These direkt vom Vedanta Sutra, was in Indien noch heute als der Zenit der Logik und Argumentation Nyaya Shastra angesehen wird, Nachhalt lieferte. Innerhalb der vedischen Tradition werden die Veden, Upanishaden und nachfolgenden Schriften wie die Puranas wie Gesetzbücher in unserem heutigen Rechtssystem angesehen. Wenn zwei Anwälte vor Gericht gehen, so tun sie das mit der Absicht, genau das durchzusetzen, was in dem gegebenen Fall Gesetz ist. Beide versuchen, ihre Anschauung durchzusetzen, indem sie sowohl die geltenden Gesetzbücher zitieren, als auch solche Bücher, die Schilderungen von ähnlichen Fällen und davon, wie das Gesetz in diesen Fällen ausgelegt wurde, enthalten. Die Veden und ihre Folgeliteratur können mit Gesetzbüchern und Fallbeschreibungen verglichen werden. Wenn wir deshalb von den philosophischen Debatten Madhvas sprechen, behandeln wir Debatten vergleichbar denen, die heutzutage von Anwälten geführt werden oder genauer gesagt denen von Wissenschaftlern, entsprechend der Natur der Themen. Sie diskutieren Wirklichkeit und deren Natur in allen Ebenen der Wahrnehmung und jede Partei war theoretisch bereit, sollte sie unterliegen, ihre bisherige Auffassung aufzugeben und den Sieger als spirituellen Mentor zu akzeptieren. Bevor Madhva seinen Vedanta Sutra-Kommentar schrieb, reiste er für einige Jahre. Während dieser Zeit gewann er die Erkenntnis, dass er einen Kommentar zu Bhagavad Gita schreiben sollte. Als er daran schrieb, beschloss er, in die Himalayas zu gehen, um Yasadeva in Klammer dem ursprünglichen Autor der vedischen Literatur, der noch immer in den Himalayas lebt, seinen Respekt zu zollen und dessen Segnung für sein neues hingebungsvolles philosophisches System in Klammer Sampradaya zu erhalten. Begleitet von seinem Schüler Satyatirtha erreichte er Badrinath und verweilte im Ananda-Ashram, um sich auf den letzten Teil der Reise vorzubereiten. Nachdem er seinen Gita-Kommentar an diesem Abend die Bildgestalt als Opfergabe dargebracht hatte, begann Madhva die erste Zeile zu lesen. In demselben Augenblick ging eine himmlische Stimme von der Bildgestalt aus, die Madhva bat, eine kleine Korrektur vorzunehmen. Wo Madhva geschrieben hatte, ich werde die Bedeutung der Gita meinen Fähigkeiten entsprechend erklären, warf die Bildgestalt ein. Du bist in der Lage, die volle Bedeutung zu erklären, aber in Übereinstimmung mit dem Ausmaß des Verständnisses deiner Studenten solltest du nur ein wenig erklären. Damit war angezeigt, dass die Entfaltung des vollkommenen theistischen Verständnisses der Gita noch von einem anderen großen Lehrer in der Zukunft vorgenommen werden sollte. Madhva empfand dann den Wunsch, in die höheren Himalayas zum Aufenthaltsort Vyasas zu reisen. Er bereitete sich auf die Reise durch eine 48-tägige Fastenzeit und stille Meditation Vor seiner endgültigen Abreise schrieb er seinen Schülern Dieser Ort ist heilig. Vishnu ist der Höchste. Mein Wort ist zum Wohle aller gedacht. Ich gehe, Vyasa Ehre zu erweisen. Ich mag wiederkehren oder nicht. Möge Gott euch segnen. Als er an das Ende seiner mühsamen Reise gelangte, ging Madhva langsam zu dem heiligen Gebiet Veda Vyas von Rishis umgeben saß. Dort empfing er aus dem Munde Vyasas die Segnung, seinen Kommentar zum Vedanta Sutra zu schreiben. Damit war seine Mission erfüllt und Madhva kam zum Ananda Ashram zurück, wo Satya Tirtha Madhvas Kommentar niederschrieb und Vorkehrungen für die Erstellung und Aussendung von Kopien traf. Nach Osten reisend kam Madhva dann schließlich am Fluss Godavari in Klammer Ost-Zentral-Indien an. Dort traf er am Ufer des Godavari in der Stadt Ganjam eine Gruppe von Pandits und erörterte Philosophie. Er besiegte Buddhisten, Dschenisten, Jarvakas und Nachfolger Shankaras. Er bekehrte die beiden großen Pandits Shri Shobana Bhatta und Shri Rama Shastri, die seine Schüler wurden und die Namen Padmanaba Tirtha und Narahari Tirtha empfingen. Shobana Bhatta und andere Schüler begleiteten ihn auf seinem Rückweg nach Udupi. Seine spirituelle Stellung war nun ungeschlagen und unheraus gefordert. Er gab vielen Gottgeweihten die Einweihung und überzeugte tausende von Menschen bei seiner Dveitavad Philosophie Zuflucht zu suchen. Udupi war im Begriff der Sitz von Madvas transzentraler Ontologie des Dveitavad zu werden. Es war in dieser Stadt, wo sich einer der bedeutendsten Vorfälle seines Lebens ereignete. Als er ein Bad im Meer nahm, bemerkte Madwar einen seefahrenden Kaufmann in Not. Schwere Winde hatten seine Annäherung an die Küste gefährlich gemacht und er war auf eine Sandbank gelaufen. Vom Strand aus dirigierte Madwar sein Tuch schwenkend den Seefahrer sicher an die Küste. Sicher angekommen fühlte sich der Käpt'n Madwar gegenüber tief verschuldet und drückte seinen Wunsch aus, ihm ein Geschenk machen zu dürfen. Madwar willigte ein und bat um ein Stückchen Ton, dessen Wert unbedeutend war. Aber sehr zum Erstaunen eines jeden befand sich in dem Lehm eine große Bildgestalt Sri Krishnas. Die Neuigkeit verbreitete sich in Udupi und die Bildgestalt wurde im Tempel installiert. Somit wurde Madwars Schule in Udupi fest etabliert und bis zum heutigen Tage wird die Bildgestalt von zahlreichen Anhängern Madwar Acharyas verehrt. Im Laufe der Zeit richtete Madwar Acharya acht Tempel in Udupi ein und ernannte acht seiner führenden Schüler als Hauptpriester, die verantwortlich für altehrwürdige Bildgestalten waren. Er lebte 79 Jahre und schrieb 37 Bücher. Von westlichen Gelehrten wurde seine Philosophie in gewisser Weise vom Christentum beeinflusst angesehen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt liegen. Madwar hat seine Thesen eindeutig mit Nachweisen aus der Vedischen Literatur untermauert und seine Lehren können eher als eine Entwicklung theistischen Gedankengutes angesehen werden, aufbauend auf dem, was früher von Ramanujia angeboten wurde. Wir haben versucht, seinen höchst herausragenden Beitrag im Bereich der Philosophie und Hingabe zu betonen. Doch der zur Verfügung stehende Raum erlaubt uns nicht, seine philosophischen Abhandlungen des Dvetavad bis ins letzte Detail darzustellen. Wer dem zugeneigt ist, kann Madvas Lehren in seiner Abhandlung über den Vedanta Sutra studieren. Dabei ist eine vergleichende Studie der Vedanta Kommentare von Shankara, Ramanuja und Madhava sehr empfehlenswert. Hingabe der Weg und das Ziel. Um zu dieser Auffassung zu gelangen, muss man das falsche Ego sterben und das wirkliche Ego, das individuelle Wesen, im selbstlosen Dienst zu Gott aufblühen lassen.